Frohes neues Jahr Leute, ich hoffe ihr habt einen guten Gerutsch gehabt und ein richtiges Video kommt noch, mein Hund wünscht auch alles Gute, ein richtiges Video kommt noch, das Jahresrückblick 2013 oder so nennt sich das dann und ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank für dieses Jahr und ja, bis dann Leute, ciao, euer Dezbeste Nacht, 2014 Anton.